Tag zusammen, ihr Gartenhelden! Noch immer ist Grünkohl Zeit und wir haben heute was ganz besonderes, denn heute wollen wir Grünkohl frittieren. Fangen wir an? Wir fangen an, heute bin ich besser! Kommt nix raus, gut ist es! dann ziehen wir jetzt vorsichtig hier runter, stecken den mal ganz kurz über das Mehl, klopfen den wieder ein bisschen ab, dann ziehen wir den quasi durch den Kakao, heißer Fett. Schön auf die Küchenrolle legen, dass das Fett schön abtropft. Ja, schmeckt nach Bärloch. Wir würzen mal noch ein bisschen nach, Pfeffer und Salz. Boah, sieht das lecker aus. Da muss ich aber sehen, dass ich hier wieder als erster mal weg komme hier. Komm nicht, 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 lass mich. Mann, ja, auch die Schnecken mögen es. Ich denke mal, hier haben wir alle Tiere was Gutes gemacht. Macht's nach und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich habe noch eine Frage, was ich möglichst genauer an. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020